Bei mir findet ihr Spielleiter-Tipps, Tutorials und Infovideos zu Pen&Paper-relevanten Themen wie D&D, Vampire die Maskerade, Roll20, aber auch zu vielem mehr. Da ich auch gerne die technische Seite des Pen&Paper-Rollenspiels mit euch betrachten möchte, wird es verschiedene Videos zu Programmen, Plattformen, Mapmaking oder sonstiger Unterstützungssoftware und vielem mehr geben. Dazu erscheinen wöchentlich neue Videos und wenn es nach meiner Gruppe geht, bald auch Podcasts und Streaps. Mein Ziel ist es, euch zu helfen, euer Pen&Paper-Erlebnis noch kreativer und interaktiver gestalten zu können. Wenn ihr nichts verpassen wollt, dann abonniert meinen Kanal, aktiviert die Glocke und lasst gerne unter den Videos ein Like da, die euch besonders gut gefallen haben, damit ich weiß, wovon ich in Zukunft mehr bringen soll. Ich wünsche euch einen tollen Tag, großartige Abenteuer und wir sehen uns im nächsten Video.